ARD Text im Auftrag von Funk Scheiße, du Arschloch, Alter. War das Absicht? Scheiße! Äh, kann ich jetzt? Warte mal. Ach, man kann auch springen, glaube ich. Warte mal, konnte man nicht irgendwie springen? Hä? Irgendwie? Guck mal, hier kann man so eine Dinger einsammeln. Ja, ich hab geschnitten, Alter. Ey, man konnte doch irgendwie springen. Scheiße, hier geht's ja runter, Alter. Oh, Chrissy, wir sind ja mit diesem Mal, Alter. Ja, hab ich auch grad gesehen. Ja, aber ich hab grad noch gelesen und geguckt, weil ich hab hier irgendwas eingesammelt und dann stand da was und hab ich noch gelesen und so. Und dann auf einmal bin ich da runtergefahren. Hm, warte mal, das ist etwas. Ach, du. Warum macht das so komische Geräusche? Aber, also, wie, wie ist das hier? Hä? Hä? Ach, man hat ne, ach, das ist die Lebensanzahl, ne? Also, du darfst jetzt nur noch zweimal sterben oder so und dann bist du rauslöpfen. Wo ist das da unten gemeint, ne? Ähm, ja. Scheiße, Alter. Ich hab dann anscheinend nur noch ein Leben. Ja, scheiße. Ich wollte da bremsen, das geht ja gar nicht! Hier, das geht nicht. Man kann nicht bremsen? Nee. Also, man kann nicht ganz anhalten. Alter. Was geile ist, ich hab auch noch so'n scheiß Schubding eingesammelt, drückt an zwei und gibt Vollgas, Alter. Was ist das hier jetzt? Schub. Ich will keinen Schub. Ich will bremsen. Alter. Was ist das denn jetzt hier? Ich bin auch volle Karaholen und so'n scheiße reingefahren. Wie liegt der hier oben? BUNNYHOP! Achso, ah, siehste, das muss man erst einsammeln. Ich kann jetzt springen, Alter. Einmal. Kann man durch deinen eigenen Schwanz fahren? Oder ist es auch tödlich? BUNNYHOP! Ja! BUNNYHOP! Ja! BUNNYHOP! 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 Warum kommt der... Häh? Das geht doch gar nicht mit dem BunnyHop! Du hast doch... Ja, ich wollte grad sagen, ich hab doch gesehen wie du das vor mir eingesammelt hast. Ich wolltes nämlich eigentlich auch einsammeln. Was? Ich hab doch gesagt, das geht nicht. Ja, dominiert mich, wenn ich spawne und er direkt vor mir lang fährt, oder was? Das war ja wieder so ein super GTA-Ding, Alter. Ach, scheiße, ich hatte mal so ein Turbo-Ding, Alter. Ja, und wie soll das jetzt mit dem Bunny-Hop funktionieren? R3 oder L3? Eines von beiden, das steht da rechts oben. Shit! Alter. Ich glaub, wenn man jetzt aus dem Kreis rausgeht, ist man sofort tot, ne? Das war knapp. Scheiße! Ja, Alter! Bist du in deinem eigenen Schwanz gefahren? Ja. Ja, aber so schnell versteht man das, ich hab das so schnell gar nicht mitbekommen. Man muss in den Kreis bleiben, bla. Mein erster Tod war, weil ich gegen meinen eigenen Schwanz gefahren bin. Mein Schwanz ist auch tödlich, Alter. Nein! Ach, dieses Motorrad hat auch einen Wendekreis wie sonst was. Und Hauptsache, wenn man den Boost macht, fliegt man runter. Boah. Du suchst ja an der Kante von der Karte boosten, Alter. Du bist so ne dumme Sau, Alter. Nein! Das ist die Hauptsache so eng wie möglich am Haus lang, Alter. Das ist unglaublich. Und man kann nix mehr dran ändern. Hä? Alter, das war episch. Ja. Oh nein! Nein! Oh mein Gott! Was ist denn jetzt passiert? Das hat hier richtig gerummst, Alter. Alter, das lenkt aber wirklich nicht so gut. Das hat richtig gerummst hier. Wir sind gegeneinander gefahren und dann... Weil wir anscheinend beide die selbe Idee hatten, keine Ahnung. Und dann war das Haus zu Ende. Wie bist denn da vorbeigekommen? Scheiße! Alter! Wie geht das denn? Ne, an den Rand hab ich mich nicht getraut. Komm mal hier durch, ne. Scheiße, Scheiße! Oh Scheiß, was... Oh ne! Was ist die Fitter? Ich hätte nen Bunny Hop! Gegen die Hauswand darfst du übrigens auch nicht fahren. Wir fahren auch schon. Oh shit. Shit! Ja, das... Das bringt jetzt, Alter. Ich bin jetzt ne Zeitlupe gestorben. Warum... Hä? Warum war jetzt Zeitlupe? Habe ich... Ich hab gedrückt. Wenn man das hier oben ein... Zählt das für jeden? Ja. Oh, Alter. Ja, weil ich da runterfall. Scheiße! Wo willst du denn hin, Alter? Ich hab nicht gesehen, ob es da schon zu Ende ist. Oh yeah! Oh man! Das geht aber wirklich nicht so schnell mit dem Bunny Hop, ne? Ich hab extra oben den eingesammelt. Oder muss man dafür ne andere Taste drücken? Nein! Ne, muss man nicht. L3. Ja. Ich bin anscheinend schon raus. Mies, Alter. Mies, 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 mies. Kann man eigentlich auch mehrere Sachen einsammeln, ne? Ne. Mh-mh. So ein Scheiß. Erstmal bunkern, oder was? So weit kommt das noch. Alter, das war... Das war smart. Das war doch alles. Ich bin da angeschossen gekommen, Alter. Wuuu. BAM! So, ich halt mich hier raus. Ich bleib einfach stehen. Jetzt hab ich gebremst und hab so ein Stoppy gegen das Haus gemacht und bin deswegen gestorben, Alter Wer hat sich da eben mein Haus dann wieder lang gequetscht? Maffin Das ist sowas von mies, Alter Oh, Scheiße! Ich bin runtergefallen Das war ein bisschen zu eng Du kannst halt auch nicht bremsen, Alter, ne? Oh, ich bin runtergefallen Du hast mich noch runtergescholpst Aaaaaaaaaaah Zählt das auch als tot? Ja Natürlich Das ist nicht gut, oder? Oh, Mann! Ey! Ey! Aber Fertig, Spawn! Auf nichts mehr! Oh, ho, 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 wie dumm, Alter, wie dumm! Jetzt sind wir, glaub ich, nur wegen dem Haus gestorben Ich hab noch schnell den scheiß Booster gedrückt, weißt du, weil ich schnell... Verpiss dich von der Kante, du Arschloch. Oh Chrissy, Chrissy, du Arschloch, Alter. Äh, so Chrissy, was wolltest du fragen? Hast du den Booster gedrückt noch, Alter. Wie kannst du, Chrissy, wie kannst du eigentlich so nah an der Kante fahren? Das gibt's doch nicht, genau, also wirklich genau auf der Kante. Oh na, ich hab genug Platz gehabt, Alter. Ich bin Rona gefallen. Bin ich raus? Also diese Runde ist echt nur Selbstmord. Alter, war das episch. Das ist reine Panik, das ist auch ein bisschen. Alter, Panikop, das funktioniert nicht. Scheiße, scheiße. Alter, war das, das war so ein epischer Zweikampfgrad mit Chrissy. Oh Mann, ja, aber ich hatte Bunnyhop und ich hab gedrückt und das hat nicht funktioniert, sonst wäre das noch... Verpiss dich. Sonst wäre das noch viel geiler gewesen, weil ich da rüber gesprungen wäre. Alter. Ich hab nur noch ein Leben, Alter. Da hast du nicht durchgepasst, wa? Ich hab mich doch mal ein bisschen näher angetraut an die Kante. Oh, wie... Kacke, Alter. Ich wollte hier schön den Weg abschneiden. Scheiße. Das Ding hat auch einen Wendekreis, nur. Ja, ne? Finde ich aber wirklich auch. Ja, guck dir das Muppet doch mal an, Alter. Was erwartest du denn? Äh, 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 hier ist zu Ende. Kacke! Kacke! Ja! Kacke! Aber davor war auch geil. Oh, scheiße, scheiße, was mach ich? Och, Alter. Ich glaub, du hast deinen Bunnyhop aus Versehen, ähm, schon vorher irgendwie genommen. Weil ich bin... Ich hab meinen genommen, bin über deinen Strahl darüber gesprungen. Und dann bist du auch irgendwie ganz komisch gesprungen. Ich bin mit dem Bunnyhop in die Dings rein, ist klar, Alter. Und dann bist du auch irgendwie gesprungen und ich bin unter deinem Strahl durchgefahren, Alter. Hm. Ja, irgendwas war da auch komisch. Oh, nein! Nein, nein, nein! Das ist ja fantastisch, Alter. Ähm. Guck mal auf die Punks, Alter. Guck mal auf die Zeit. Jetzt ist sie richtig kacke am Dampfen. Ach, du scheiße. Ach, du scheiße, nein! Genau reingesprungen, Alter. Du bist gerade, also... Kacke! Der ist bloß oben geblieben. Alter, 380.000. Und... Da ist es. Du hast. Ja, da ist das. Ja, da ist das. Da ist das. Da ist das. Vielen Dank.